Hallo da draußen, ich bin der Beatzeb und möchte mit großer Freiheit ein Konzert ankündigen. Es ist am 20. Oktober im Kulthof bei Salzburg um 19.30 Uhr. Es gibt ein paar tolle Überraschungen, neue Band, neue Lieder, neuer Sound. Wenn ihr Zeit habt, schaut vorbei, sicher überraschende Sache. Also bis 20. Tschau dabei.